Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 50 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 695 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Bis zum nächsten Mal.